Meine Mutter und mein Vater wollen, dass ich und meine Schwester in einer besseren Welt aufwachsen. Damit wir nicht so werden wie die Spießer da draußen. Denn das Wichtigste hier ist die freie Liebe. Wenn sich jemand verliebt und versucht, eine Zweierbeziehung zu haben... ...eine Vieh. Komm, toi. Dann melden wir das. Weil Otto sagt, dass die Kleinfamilie, die Wurzel, alles Bösen ist. Holger hat sich in Simone verliebt. Komm mal in die Mitte, Simone. Otto! 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 Das war der Fab, Simone. Papa! Wenn, dann bin ich der Papa! Die Überwindung der bürgerlichen Liebe. Jeanne! Ich wollte nach dem verletzten Pferd sehen. Oder vielleicht auch lieber nach Jean. Ich mag ihn. Habt ihr schon gefickt? Jeanne, kommst du? Wollt ihr heiraten? Wir regeln gern das meiste unter uns. Jeanne ist verliebt. Hey! Ist das schlimm? Ja. Das ist sehr schlimm. Wir haben viel zu lange zu Otto aufgeschaut. Alles immer nur autoritär. Alles nur erlogen. See you in hell! Kinder, ihr wisst, Otto hat Geburtstag. Deshalb würde ich jetzt Geburtstagslied für ihn mit euch proben. Eins, zwei, drei! Dann schauen wir's dich auf. Tschüss! Beifall bei dem! Vor�, bis zum nächsten Mal! So eine Frage, wie du uns das ist! Bis zum nächsten Mal! Und wir sehen uns am nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020